Wir haben hier die Limburgerin zerlegt und die Simmentaler Ferse und die waren schön marmoriert und das hat man ja auch gesehen beim Prisket. Was haben sie noch gemacht? Die Rospi, die sie gemacht haben, waren super. Die Flanks waren geil und auch das Burgerfleisch, weißt du, schön saftig dann. Gut, ich will ja auch dazu lernen. Du lernst ja immer durch tun, durch, wie es andere machen. Und für mich ist es wichtig, wenn ich stehen bleibe, weil einfach auch ich weiterbilde. Ich kann eigentlich nur gut Würstchen grillen. Auch schon schwierig, aber man kann so viel lernen. Man sieht von jedem was. Das ist einfach das Geniale. Klar, wie die Fleisch marinieren, wie die Garpunkte sind, die Garzeiten sind. Wie sie einen Grill einstellen, das ist mega. Sohn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020